In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine Sehstärkereinsätze in deine HP Reverb G2 installierst. Entferne zuerst das Gesichtspolster. Falls nötig, reinige die Linsen deiner Reverb und der Sehstärkereinsätze. Wir fangen mit dem linken Adapter an. Dieser ist mit einem L auf dessen linken äußeren Seite markiert. Richte den Adapter aus, und schiebe ihn dann einfach auf den Linsensockel deiner Reverb. Wiederhole dies für den rechten Adapter, welcher mit einem R auf dessen rechten äußeren Seite markiert ist. Installiere nun das Gesichtspolster wieder. Das war's. Wir wünschen viel Spaß im VR.